der hat doch was ne eine notiz luftschacht aufzeichnungsgerät achten sie dann die tier gerät und kreppiere in einem luftschacht was hast du denn von mir erwartet ich wurde gebissen und es war nur eine frage der zeit bis sie mich tötet auch wenn ich gar nicht infiziert war sie meinte sie würde es nicht tun aber ich konnte es in ihren augen sehen wieso sonst zog sie die waffe wieso zum teufel zog sie die waffe ich hab nur mit ihr geredet hätte sie nicht gelogen hätte ich nicht zugesagt sie hätte mich erschossen ganz sicher ich habe diese kreaturen bekämpft und dabei ist die naht in einem sturm wieder aufgeplatzt ich verblute und ich kann sie nicht wieder zunehmen nicht mit meinem arm ich kriege kein knuteln wecken so kalt tja das war das letzte mal dass er sich ausgeruht hat ja das war schon ziemlich geil gemacht gerade wieder schon sehr tragisch fand ich cool da die muni nächsten stein das ist ein stein es ist Fuck. Ich treff die scheiß Typen nicht. Halt doch mal einer still. Penner, ey. Okay. Na, verbrennst du? Er verbrennt. Okay. Gut, hat sich das gerade erledigt. Das lief ja ganz gut. Ich glaube, zwei Stück waren auch alle. Eigentlich war das ganz praktisch. Also, achso. Haben die Klicker die Typen getötet. Und ich habe die beiden Klicker mit Molly getötet. Allerdings, ja, ich habe das nicht besonders clever angestellt. Das gebe ich zu. Aber, Hauptsache, alle tot. Vielleicht kann ich ja gleich noch ein paar... Wie heißt das? Pfeile, Bolzen wieder aufsammeln. Ne, Pfeile sind es in dem Fall. Keine Bolzen. Oh, da ist noch Medizin. Habt ihr noch was übrig gelassen? Oder zumindest ein Pfeil. Ah, drei Stück. Na, die sind wahrscheinlich alle kaputt gebrochen. Und da hängt noch einer in der Wand. Okay, also... Ja, hier liegt zwar noch was, aber tatsächlich, ab und zu brechen sie kaputt. Aber manche bleiben auch heil. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Ja, ich denke, wir können damit leben, so wie es gelaufen ist. Ist das was zum Essen? Nee, sie steckt los. Okay, jetzt sind wir also wieder irgendwo. Ist das Patronen? Nee. Aber es sind Dinge. Und Dinge hab ich gern. Das ist gut. Eine Nagelbombe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Können wir da rein? Nee, es sieht zu aus. Ja, ich nehm lieber den Bogen. Der ist leiser. Ja, dann gehen wir hier hoch. Ist das ein Molly oder eine normale Flasche? Alkohol ist das. Ja, dann gehen wir hier hoch. Na, ich bin dich. Ja, dann gehen wir hier hoch. Ja, dann gehen wir hier hoch. Ja! 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 Okay, einer ist weg. Ja, was war das? Das ist eine gute Frage. Gut, ich doch. Okay. Ah, genau. Lass die mal den jagen. Da lebt noch mehr, da leben noch mehr. Ich bin ziemlich sicher, aber hier sind noch so viele Sachen. Au. Penner. Komm her. Äh, okay. Ah! Puh. Das war's. Ja, aber nichtsdestotrotz nehmen wir jetzt den Midi-Pack. So, okay. Puh. Sehr schön, das haben wir doch kurz gut hingekriegt. Jetzt müssen wir natürlich noch gleich die Mitte hier des Raumes erstmal absuchen, weil da sind ja einige gestorben und vielleicht haben einige auch noch was fallen lassen davon. Auf jeden Fall sind die Leichen inzwischen weg. Ne, nicht alle. Okay. Den Klicker scheint ich ja Tatsache mit der Nagelbombe erwischt zu haben. Ja, hier ist das gewesen. Okay. Da haben wir noch eine Flasche. Was haben wir denn hier unten noch? Ist da noch irgendwas Tolles? Steine. Jede Menge Steine. Ah, mit Steinen können wir nicht so viel anfangen. Ich versuch's nochmal hier hinten in dem anderen Raum. Da hab ich mich noch nicht komplett umgesehen. Ich wurde etwas unterbraucht. Ach, guck mal hier! Hier liegt der PS4 rum. Oder soll's der PS3 sein? Bin mir nicht sicher. Das könnte auch eine PS3 Version irgendwie sein. Hihihihi, geil. Sehr schön. Ähm, ja. Dann... Würde ich sagen, maschinen wir weiter. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und dann machen wir aber bald eine Pause. Ach, die Taschenlampe wieder. Die Taschenlampe wieder. So, ich glaub wir müssen hier hinten rechts rum. Aber ich guck mich erst nochmal hier an der Kasse um. Ah! Ah! Das war eine gute Entscheidung. So, äh, noch irgendwas zu basteln? Ah, reicht noch nicht ganz. So eine Rauchbombe will ich nicht. So, wo geht's denn jetzt weiter? Da oben! Ah, alles klar. Okay, dann haben wir's ja bald, denk ich. Ich denke, wir müssten bald bei Joel sein. Sag ich jetzt einfach mal so. Okay. So eine Kasse. Na, hier noch was. Reicht das inzwischen? Ah, nicht... Doch! Wir können ja schon längst eine basteln. Das ist gut. Die Nagelbobben sind nämlich sehr gut. Ach, war das hier nur ein kleiner Bonusbereich? Ich dachte, hier geht's weiter. Geht's wahrscheinlich auch. Da ist ein Tor, oder? Komm. Ja, sehr gut. Okay. Ach, ist das das Tor vom Anfang? Ne, oder? Dann müsste ich jetzt ja da lang. Ne, nicht ganz. Ich bin mir jetzt grad nicht sicher, wo ich hier eigentlich bin. Doch, ich kenn doch dieses Teil hier. Doch da hinten, da hab ich nach Joels Kram gesucht. Doch, 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 doch. Wir müssen jetzt eigentlich nur wieder zurück. Und das ist ja, glaub ich, in diese Richtung. Oh, fuck! Na, drück doch! Oh, fuck! Na, drück doch! Oh, der wird getroffen. Okay, hier sind wir, glaub ich, ganz gut. Aufgehoben. Oh, der Verfluchte! Oh, der Verfluchte! Hier! Eigentlich find ich den Punkt hier immer noch gut. Ja, genau. Hey, du Penner. Bleib mal stehen. Du bist ein bisschen blöd, kann das sein? Du müsstest tot sein, sag ich jetzt einfach mal. Bist du auch. Hier drüben! Ja, klar. Nein, das ist nicht gut. Lauf gleich weg! Lauf da! Och, Ellie! Gleich hier! Komm her! Komm her! Das war gut. So, und jetzt? Ganz schnell. Heilen, 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 heilen. Beeil dich, Ellie, beeil dich! Gut. Drei Schuss haben wir noch. Puh. Ausschwärmen! Scheiße. Okay, ausschwärmen, sagt er. Die ist da drüben! Ich bin grad etwas hektisch. 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 Okay. Bisher sieht das noch ganz okay aus, denke ich. So, hier hinten noch was versteckt. Nur eine Flasche. Kann ich hier rüberspringen? Ne, kann ich nicht. Aber ich denke, da will ich runter, oder? Will ich da runter? Ich glaub schon, dass ich da runter will. Oh, lecker! Ja. So. Diese ganze Schaufensterpuppen, die macht mich ganz kirre. Okay. Bogen ist, äh, Bogen ist definitiv alle. Aber ich hab noch ne Nagelbombe. Ich hab noch ne Nagelbombe. Und hab... Oh! Das ist gut. Oh! Ja. Warte mal, ich hab doch noch ne Nagelbombe. Wenn ich die hier durchschmeiß... War das gut? Bin nicht sicher, ob das ausreichend war. Nein, war es nicht. Okay. Ein paar Bögen. Okay. Ach, da ist wieder ein Schloss drin. Scheiße. Runter, runter mit der Rübe. Rübe, runter mit der Rübe. Boah, es ist aber heftig hier. Kann ich noch was basteln? Ja, nee, kann ich nicht. Oder? Schade. Ich muss wahrscheinlich hier hoch, ne? Das ist doch nun nicht. Scheiße. Oh, fuck. Fuck. Boah, das, das, das war übel. Ja. Meine lieben Freunde. Ich versuch's nochmal, ich versuch's nochmal. Scheiße. Verdammt! Wieso bist du nicht tot? Oh, verdammt! Runter. Ich bin ziemlich am Arsch. Oh, sehr gut. Hilfe! Wo sind die denn jetzt alle? Ich hör andauernd Leute da, aber ich weiß nicht, wo die sind. Da sind sie. Hey, sie ist hier drüben. Du dich doch hin! Ellie! Warum? 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 Endlich! Fuck! Fuck! Okay, Freunde, jetzt machen wir aber wirklich Schluss an dieser Stelle und beim nächsten Mal rocken wir die Show. Also, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal.